Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixel Painters zusammen mit dem gestressten Ball. Ja, das finde ich. Das ist er. Ah, ich muss ihn noch kurz lauter stellen, Moment. Jetzt ist er laut. Aber jetzt ist Minecraft auch laut. Jetzt muss ich Minecraft leise machen. So. Perfekt. Banane! Ja! Sehr gutes Thema. Das finde ich auch. Ja, Bananen. Ich wollte schon immer Bananen zeichnen. Das mache ich den ganzen Tag. Den ganzen Tag? Ja, richtig. Guten Morgen, Baum. Oh Gott, was machst du? Ja, ich zeichne Bananen, Mama. Warum denn? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist meine Lebensbestimmung. Ich brauche einen Bananen-Cartoon. Das will ich machen. Ja, das mache ich. Das Thema Bananen hatten wir schon öfter, aber diesmal versuche ich es ein bisschen anders zu malen, als sonst. Du zeichnest ein Apfel. Ein was? Ein Affe? Nee. Ist das ein deutsches Wort für Apple? Ja, Apfel. Ja, das meinte ich. Das wäre auch witzig sein, wenn du einen Apfel machst und ich auch so etwas. Ich glaube, dann gewinne ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Dann bekomme ich dritten Platz. Du bist irgendwie ziemlich leise bei mir. Gerade. Leise? Was ist das? Leise. Nicht laut, oder? Ja. Exakt. Hm. Vielleicht besser so? Oder so? Ja, so. Das gerade eben war besser. Mit meinem Mikrofon in der Nähe. Hallo. Hm. Hallo. Okay, es sieht nicht aus wie eine Banane. Doch, wem. Okay, ich muss nur an mich glauben. Dann, dann, dann sieht es aus wie eine Banane. Du glaubst, du glaubst das nicht. Ja, gut. Okay. Jetzt noch ein Mund. Ein was? Ein Mund. Ah ja, okay. Ja, warum nicht? Äh. Und er jaucht. Er was? Das ist doch auch ein deutsches Wort. Jauchen. Kenn ich nicht. Nein. Ist kein deutsches Wort, Stressball. Warum nicht? Ja, weil... ...nicht alle Wörter deutsch sind. Doch, doch. Echt? Okay, wusste ich gar nicht. Danke. Was sprichst du? Du bringst mir Deutsch bei Stressball. Sehr gut. Ja, ich spreche auch Deutsch. Was? Was, bist du ein Niederlander? Oh ja, ich spreche auch Deutsch. Ja. Noch ein Minute und ich bin jetzt fertig. Was mache ich denn? Zeichne noch eine Banane. Oh ja, ich weiß, was ich mache. Nichts. Gar nichts. Hm. Meine sieht nicht aus wie eine Banane, also wirklich nicht. Ist ein bisschen blöd. Naja. Meine sieht auch nicht so aus, aber... Das sieht aus wie ein Maiskolben. Weißt du, was ein Maiskolben ist? Ja, Mais. Oh Gott. Das sieht so aus. Ja. Ich wollte es ganz toll machen, aber das ist nichts geworden. Tschüss. Meine sagt Ja. Vielleicht brauche ich Orange. Nein. Oh Gott, das ist hässlich. Mach wieder weiß. Perfekt. Oh Gott. So, scheiße. Nein. Finden Leute meinen Banane toll. Hm. Ja. Und natürlich fot ich für dich und du hast wahrscheinlich von mich gewotet. Ah, da bist du. Ich habe gar nicht gesehen. Das von dir ist sehr, sehr schön stressvoll. Banane mit Gesicht. Aber meine hat irgendwie... Oh, okay. Gut, ich verliere. Alles klar. Okay, die sind ein bisschen besser als meine, glaube ich. Was ist das denn? Ein Minion? Ja, Minion. Dafür wollte ich nicht. Unten links und rechts ist ziemlich gut. Beides. Er hat ein Minion gemacht. Gibt ja bitte ein Paramount-Banner oder so etwas. Oh Gott. Warum Minion? Magst du keine Minions? Vielleicht. Ich mag sie auch nicht. So oben rechts, das sieht nicht aus wie eine Banane. Warum voten die Leute dafür? Das ist ein Kartoffelchip. Ja, das sieht etwas aus. Oh, oben links, Alter. Oben links. Oh Gott, ja. Oh, geil. Ein Zoom in aus das... Oben auf die Banane. Ziemlich nice. Das schwätzliche Teil. Der soll gewinnen. Warum gewinnt der nicht, Leute? Oh, ihr votet so ungefähr. Ein Bananentelefon. Ein Telefon. Ein Bananen-Handy. Das ist ein Telefon. Und ein brauner Mickey Maus. Ja, Bananen-Handy und brauner Mickey Maus. Und Maiskolben. Ja, der verliert das. Ha, Maiskolben gewinnt. Und, ja, Baum ist durch. Und ich bin, ja, gar nicht mehr dabei. Okay. Aber deine Idee war gut. Ja, meine Idee war gut. Und warum? Okay, ich glaube, ich verliere. Ich gewinne, weil meine Idee so gut war. Was passiert denn da? Was ist das? Ich bin erstaunt. Wie gewinnst du das denn? Hä? Wenn es sich gar nicht aussieht mit der Bananen. Oh Gott. MLGG. MLGG, Bim. Ja, das war wirklich MLGG. Gut gemacht. Ja, sehr schön. Also, besser kann es nicht laufen. Doch. Nein, besser kann es nicht laufen. Ja, ich bin kein dritter Platz. Ja, du bist mir egal. Es geht um mich. Mensch was. Ja, das finde ich auch. Es geht nicht um mich. Es handelt sich hier nur um dich. So, Pixel Panthers. Zweite Runde. Mal gucken, was jetzt kommt. Round 2. Fight. Fight. Ja, gut. Du hast gewonnen. Oh, cool. Danke. Ja. Du hast den Kampf gewonnen. Cool, danke. Ja. Ja, bitte. Kein Problem. Immer wieder Disney. Oh Gott. Äh. Äh. Was male ich am besten bei Disney? Warte. Ein Mario. Ich muss Mickey Maus googeln. Tut mir leid, Leute. Mario ist mein Favoriter Disney. Persönlich finde ich Mario. Ja, vielleicht Pikachu ist auch ein cooler Disney. Aber Mario ist doch die coolste Disney. Ja, Pikachu und Mario sind gute Disneys. Du hast recht, Stressboy. Du hast echt recht. Das sind so tolle Disney, ja. Mein Lieblings Disney ist übrigens Chuck Norris. Oh ja, das ist auch ein sehr cooler. Aber das ist auch ein Rare Disney. Rare Pepe ist mein Lieblings Disney. Ja, das ist... Das verstehe ich. So. Hoffentlich machen sie ein neues Rare Pepe Movie. Ja, ich hoffe auch. Die alten waren so cool. Damals 1999. Rare Pepe, der Film. Ja, genau. Es geht um Ash Ketchum. Der versucht einen Rare Pepe zu fangen. Und mit seinem Disney Mario schafft er das natürlich. Einfach. Kein Problem für Ash Ketchum. Ash Ketchum? Ash Ketchum. Witzig. Nee. Lul. Oh lol, Mickey Mouse sieht ganz anders aus. Habe ich komplett falsch gemacht gerade. Nein, hast du nicht. Dann halt nicht. Okay, gut, dann lasse ich es so. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixelpainter. Heute mit Stressboy. Stressboy, die Folge hat schon begonnen. Wir sind gerade in Runde 2. Oh fuck, nein. Wirklich? Ja. Oh Gott. Kann ja sein, dass du es nicht bemerkt hast. Man muss nochmal sicher gehen hier. Oh, das ist doch nicht. Warum? How could this happen to me? I made my mistake. Keine Ahnung, wie das geht. Sieht okay aus. Das ist, was sie gesagt hat. Nein. Na ja. Ähm, was habe ich getan? Mein Mario sieht so idiot aus. Mario, it's a me. Er sieht aus wie ein retardio. Ja. Ritadio. Ja. It's a me. I'm a rarer. Genau. It's a me. Ritadio. Jauh. Wahoo. Nein, das kann nicht. bario was machst du denn oh gott naja meins ist jetzt nicht so ideal aber man kann es man kann so lassen ist nicht besonders hübsch aber auch nicht so ultra hässlich hintergrund lila ich mache einen mario minion weil ich minions hasse oh gott zu spät ja das bekomme ich wenn ich einen minion machen naja lass ich ihn so kein minion mario glücklich eigentlich stressbar dein mikro klingt wieder komisch irgendwie so besser was ist es mir mario mickey maus idioto mario in disney lol hat einer in den chat geschrieben unten links nicht so schlecht einfache idee aber passt ich vote für oben rechts ein zwei drei master oben links ist mickey maus die blut kotzt wo kann man auch mal machen ja das ist nicht sein körper das ist einfach er den blut kotzt ja das ist blut was aus seinem mund kommt der nicht vorhanden ist das hatte nicht meinen mund aber es er kotzt trotzdem blut warum gewinnst du das ich hab ich trotzdem verloren ich weiß es nicht da hast du nicht schon ne okay gut danke bitte jeter das soll je jeter damals sieht zufrieden aus ja sehr glücklich sie hat schon einen blick von ja das gewinne ich einfach einfach alter kein problem was naja ja deine reaktion hypixel fix deine bugs nicht lass das so das ist gut ja naja 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 hypixel nicht fixen ne bitte einfach immer wenn ich in random bin egal ob ich gewinne oder verliere lass mich dann weiterkommen okay danke ja okay das wär's für die folge gewesen ich hoffe es hat euch gefallen und wir sind's beim nächsten mal wieder bis dann tschüss abonniert mir abonniert raspo abonniert raspo